hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wir sind gerade dabei ein bisschen ordnung zu machen die portale brauche ich zumindest hier brauche ich das kommt da rein mit dem werkzeug kann ich direkt da rein das ist mir egal das ist auch nicht so wichtig hier kommt das hin oder? ja die ausrüstung kommt hier hin, ne das nicht Tieren ist auch wirklich kacke Tränke kommen hier rein Geld hier? ja Dich und Dich Dich Wie viel haben wir denn? 8 Eisen wie viel Schaden machst du denn? 18 Gold ist schlechter Aber ist eine bessere Rüstung? das muss ich jetzt nicht checken oder? Ach ne das war das Schwert ach so 22 ok das ist wesentlich schlechter aber ich habe nichts gesagt Wie sieht das Schwert aus? auch wesentlich schlechter Ich werde Ausrüstung hier rein tun die Bomben kommen hier auf jeden fall rein das wird weggeschmissen Und dann Stein Stein Ich Und Stein Und Nein hier wollten wir hin So, und dann Würde ich sagen Schlaf mir bis zur nächsten Nacht So Und werden mal Nochmal den Boss besiegen Weil wir wollen ja unsere Equipment updaten Und ich denke Immer auf die Mode Equipment updaten ist eine ganz gute Idee So, abends in zwei Stunden ist dann Nacht Perfekt Also so viel So viel So So Sie können dann vielleicht stehen bleiben und haben wir auf Nicht übeteilfen und Autsch Backnehmen So Also das war schon ein bisschen knapp Macht des Windes wieder Ich habe hier so viel Beschwörungsfokus Und noch eine Platte So So Damit hätten wir So Jetzt sollten wir auch diese Fokus Dinger Würde ich gerne auch mal In die andere Kiste räumen Dann muss ich sie nur sehen Hier ist nur eins Und der Nachkampffokus ist auch hier Dann Wir hätten das auf jeden Fall Äh Barren rein Und die Musikdisk kommt jetzt hier auch rein Und die Musikdisk kommt jetzt hier auch rein Das ist ja Zutmerfig So Ich sehe Tatsächlich auch keine Uhrzeit Ist ein bisschen verwundert aber Egal Also die Rüstung kann ich alle nicht machen So So Ah Ich glaube Das ist dann Dämonenklaue Ich glaube ich werde das für die Spitzhacker machen Und Dann noch die Axt So Dann sollte es erstmal reichen Die Rüstung kann ich jetzt gar nicht machen Ne Hier rein Das geht auch hier rein Und So 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 Das ist ja So 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 Brauchst irgendwann 2 Abstand, ne ein Abstand reicht anscheinend auch aus, damit die wachsen. So, nicht noch die Bäume fällen, wenn wir genug Holz haben wieder. So, zack, 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 opa, so, und der Rest kommt wieder in, die Truhe, ne falsche Truhe, dieses Holz auf jeden Fall, gut, 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 was machen wir jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt, ist die wichtige Frage, was war denn die Voraussetzung für alchimitisch, Glasflaschen, ich glaube Glas sollte kein Problem sein, wenn ich ja vorher noch etwas tun kann. So. 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 Und vielleicht sollte ich auch mal ausholen. Wo ist es? wo ist es wo ist es wo ist es ich finde aber nicht habe ich es schon weggeschmissen so läuft es aber ganz gut alchimitisch sonnenblumen das sind die heiltränke höhlenschein das ist mir nicht was ist das dauer 1 mag shisha um 10 prozent dauer also das ist nur dauer aber das ist mir egal das ist wichtiger so dann können wir das machen dann brauchen wir jetzt wirklich viele sonnenblumen 17 stück das heißt es sind immer 5 dann machen wir 15 so 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 okay der stamm ist weg der stamm ist weg der stamm ist vielleicht auch weg guck mal was passiert so noch eins und die sonnenblumen 8 ich möchte was kaufen was hast du denn hier nur schwachsinn auf jeden fall ich ziehe nach dem für oh leder ja ist kleines problem egal passt oder holz dann kommt zurück kommt zurück das kommt auch hier rein so ich glaube da können wir zur ernte übergehen warum bin ich zu blind wo ist meine sensor da so ich möchte aber die die haben bevorzugt der rest wird perfekt ich da habe ich noch genug von der tomaten kann ich auch mitnehmen perfekt so dann würde ich sagen vielleicht nochmal auf Richtung Belegung ist Richtung Wüste diesmal so dann let's go kurz ist der weg das das aber der letzte tot dann äh andere Richtung den die ein oder das 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 ist das ich glaube die wüste wird cool ich habe die leute nicht mitgenommen aber gibt es da heute die frage ist eine gute frage also nach neuen richtung wüste coole neue musik ich würde sagen die wüste gucken wir uns in der nächsten folge an bis dahin tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020